Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Tutorial für Kerbal Space Programme. Es gab noch den Hinweis, dass man natürlich bei einer Landefähre auch Lampen anbauen könnte. Das ist richtig. Wenn ihr das tut, nehmt den MK1-Innominator. Der MK2 ist ziemlich schwachbrüstig. Das fetzt nicht so sehr, wenn ihr sehen wollt, wo ihr landet. Und ich persönlich würde dann vier Lampen anbauen, und zwar auf der unteren Stufe, damit ihr euch nicht das Gewicht dieser Stufe erhöht. Man guckt, dass ihr das hier auf der unteren Stufe macht. Könnt ihr ruhig ein bisschen nach oben ziehen. So hat man dann auch die Möglichkeit, auf der Nachtseite von Minmus zu landen, ohne sich da großen Ärger zu machen. So, wir gucken noch mal, dass die Kerbals alle richtig sitzen. Valentina, Bill und Bob, alle sind mit dabei. Bill macht heute seinen ersten Raumflug. Der wird ein bisschen gucken wahrscheinlich. Und ich würde sagen, wir schießen das ganze Ding jetzt mal in Richtung Minmus und gucken, wie gut unsere Konstruktion funktioniert oder eben auch nicht. Eine Sache noch aus Stabilitätsgründen, die man machen kann, und ich ziehe die jetzt tatsächlich mal durch, damit wir am Anfang das Problem nicht haben. Wenn ihr so seitliche Tanks habt, kann man mit so Struts auch nochmal diese seitlichen Tanks stützen. Das solltet ihr mal versuchen, so weit wie möglich nach oben zu ziehen, damit die Rakete so lang wie möglich stabilisiert wird, weil sehr lange Raketen auch immer noch ist, bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es früher war, aber immer noch ein bisschen zum Wobbeln tendieren. So, ab geht's. Wir starten in Richtung Minmus. Bei so einer großen Rakete fliegt vorsichtig, dreht die nicht zu aggressiv. Die haben das Problem, dass die dann ganz gerne auch mal ein bisschen rumflippen, wenn ihr es übertreibt mit Besteuern. Deshalb SRS erstmal rein. Und das Erste, was passiert, ist auf jeden Fall, also hier nochmal gezeigt, die Abbruchsgruppe ist hier. Da könnt ihr die loswerden. Und wenn ich das jetzt drücken würde, würde die Kapsel quasi abgesprengt werden und wir weggezogen. Das machen wir natürlich nur, wenn es zu einem fatalen Fehlschlag kommt. Deshalb nicht jetzt. Und wir starten jetzt in Richtung Minmus. Auf geht's. Sieht doch bisher ganz gut aus. So, jetzt kommt direkt die leichte Neigung, damit wir gleich den Gravity Turn beginnen können. Und hier ist jetzt wirklich wichtig, die Rakete eben nicht brutal in der Gegend rumzudrehen, sondern gemächlich, wirklich gemächlich zu arbeiten. So. Und dann kann Valentina diese Drehung übernehmen, weil sie hält das jetzt quasi immer im Prograde Marker drin. Da können wir relativ gut die Rakete drehen, ohne dass sie irgendwie die Angriffsfläche in Richtung des Windes bietet. Und ihr seht, dreht jetzt von ganz alleine. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, große Raketen sauber nach oben zu bringen, ohne euch selber viel zu viele große Probleme zu bereiten, damit dass ihr die Rakete steuern müsst. Weil so ist sichergestellt, dass sie immer in Flugrichtung zeigt. Und der Gravity Turn klappt im Regelfall gerade mit großen Nutzlasten vorne. Im Normalfall von ganz alleine. Im Normalfall. So, wir haben jetzt gleich die Booster leer. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die nicht diese Booster haben, die aus dem Making History kommen. Sobald die leer sind, einmal stagen. Dann fliegen die weg. Und wir fliegen jetzt auf dem Haupttriebwerk weiter. Haben mittlerweile auch ein Schubgewichtsverhältnis, das positiv ist. Somit also für uns eine relativ angenehme Beschleunigung. Und der Gravity Turn sieht auch sehr gut aus. Wir können ja mal reingucken. Wir haben schon 50 Kilometer. Wir sind mittlerweile auch auf 30 Kilometer. 30 Kilometer ist so ein bisschen immer die magische Grenze, ab der die Atmosphäre so dünn ist, dass man dann auch wirklich ein bisschen flacher fliegen kann, als der Wind das eigentlich zulässt. Und das mache ich jetzt auch mal. Und wir haben gleich unseren Treibstoff verschossen. So. Bevor wir dann weiter stagen, werde ich einmal noch das Ferring losmachen. Weg damit. Und wir gehen auf die nächste Stufe rüber. Und schießen uns in Richtung des Orbits hoch. Jetzt gerade ein bisschen komischer aus irgendwie. Ich kriege gerade keine Delta-V-Anzeige. Warum auch immer nicht. Aber ich vertraue darauf, dass das ganz gut klappen sollte. So, das Ding ist jetzt ein bisschen überflüssig geworden. Das heißt, wir können jetzt zwei Dinge relativ schnell nacheinander tun. Wir können nämlich das Triebwerk einschalten und den Knoten entkoppeln. Schade. Ich hatte gedacht, ich schaffe es schnell genug. Habe ich nicht geschafft. Und das Ding wird, sobald wir vom Schub rausgehen, uns dann nicht mehr erhalten bleiben. Leider. Aber das ist nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt hier einmal kurz zum Beispiel den Schub rausnehme, schwebt das weg. Jetzt einfach ein bisschen in eine andere Ebene. Zack. Und dann sind wir das Ding nämlich los. Das hat nicht so gut geklappt. Das kann man auch auf eine Aktionsgruppe natürlich legen, indem man einfach beides macht. Das habe ich wiederum vergessen. So. Wir haben noch 32 Sekunden bis zur APO Absatz. Wir müssen jetzt ein bisschen hochziehen, damit wir Zeit gewinnen. Aber umlaufbahnmäßig sollte es eigentlich ganz gut klappen, dem was wir hier noch an Sprit haben. Schade, dass es nicht angezeigt wird. Aber die Zahlen sahen eigentlich gut aus. Ich glaube, ich erkenne aber auch das Problem. Ich glaube, ich sehe gerade das Problem. Ich habe hier einen Decoupler vergessen. Deshalb mag er mich nicht. So. Dann können wir nämlich gleich den Flug mal zurücksetzen auf Fahrzeugbau. Fehler im Bau meinerseits. Und zwar ist das Problem, er zeigt mir völlig zu Recht keine Delta-V Begrenzung dafür an. Das ist nämlich ein fehlender Decoupler, der dort Probleme macht. Der gehört ja nämlich noch dazwischen. Dann klappt es nämlich auch mit dem Nachbarn. So. Zack. Den machen wir dann erstmal. Und so sieht das nämlich schon mal anders aus. Und im Vakuum auf Körbeln hat es 1200. So. Also müssen wir jetzt den Start nochmal wiederholen. Habt es gesehen. So kann das passieren, wenn man nicht aufpasst. Wir machen das jetzt nochmal. Und dann sollte es aber sauber funktionieren. Wir müssen jetzt nur einmal die Verkleidung bearbeiten. Zack. Und dann ist die auch wieder sauber. So. Neues Spiel. Neues Glück. Wir gucken auch mal, ob die Körbels alle in der Reihenfolge drin sind, wie sie sein sollten. Ist der Fall. Und neuer Anlauf. Los geht's. Ansonsten aber den gleichen Start nochmal. Ist natürlich doof, wenn man so einen Decoupler vergisst. Aber es ist kein Beinbruch. Weil man ja in dem Falle einfach nochmal abbrechen könnte. Ach und wenn wir schon mal dabei sind. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Eben noch drüber gesprochen und direkt nochmal vergessen. Also wir machen uns auf der Zahl 2. Die jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist relativ spannend. Dann machen wir es doch auf der Bremse. Auf B. Machen wir folgendes. Wir machen nämlich hier einmal Noten entkoppeln. Und gleichzeitig Triebwerk einschalten. So. Das ist dann auf der B-Taste drauf. Und jetzt können wir schlussendlich hoffentlich los. Und in den Orbit fliegen. Und haben dann jetzt auch eine schöne Taste, mit der wir den Rettungsturm loswerden. Und nicht mehr mit uns weiter rumschleppen müssen. Der ist nämlich eigentlich ab einem gewissen Punkt nur noch totes Gewicht. Und das ist relativ bald erreicht, wenn man ehrlich ist. Weil wenn wir jetzt mal überlegen. Eigentlich der Rettungsturm. Hier macht er noch total viel Sinn. Und wie man bei dem Sojus-Start gesehen hat. Letztes Jahr. Oder war das sogar schon dieses Jahr. Als abgebrochen werden musste. Macht das natürlich auch noch Sinn, wenn die letzte Stufe gezündet wird. Sobald die letzte Stufe aber gezündet ist. Und soweit sauber fliegt. Macht halt der Rettungsturm nicht mehr wirklich viel Sinn. Sondern ist nur noch ein zusätzlicher Ballast. Da nichts mehr großartig schief gehen kann. Und es keinen Grund mehr gibt, die Kapsel plötzlich wegziehen zu müssen. So, wir lassen ihn hier wieder seinen Gravity-Turn machen. Und das macht Valentina auch ganz ganz hervorragend. Wir sind diesmal ein bisschen flacher unterwegs. Im Manövermodus können wir uns das auch angucken. Wie es im Moment aussieht. Das passt ganz gut. Für meinen Geschmack fast ein bisschen zu flach der Winkel. Aber es ist okay. Kann man mitarbeiten insgesamt. Ich mach das hier mal auf, um zu sehen, wie unser Gewichtsverhältnis ist. Das sieht ganz gut aus. Lass ihn jetzt einfach mal weiter arbeiten. Wir gehen ja jetzt gleich ein bisschen runter vom Schub. Damit entspannt sich das hoffentlich auch mit den ganzen Überschalleffekten ein wenig. Und es trägt uns jetzt raus in die höhere Atmosphäre. Jetzt sehen wir hier auch sauber unsere Delta-V-Zahlen, die eben nicht berechnet worden sind. Zurecht. Möchte ich nochmal sagen. Zurecht. Die sind einfach in die obere Stufe mit eingeflossen. Und wir haben auch deshalb kaum Geschwindigkeit dazu bekommen. Wir bekommen jetzt leichte Hitzeeffekte. Ist aber alles noch im grünen Bereich. Schwindigkeit sieht sehr gut aus. Und auch höhenmäßig jetzt bei 50 Kilometern Apoapsis. Alles in Ordnung. Okay, ich werde das jetzt mal tauschen. Ich lasse das nämlich noch zu. Wegen der Hitze, die im Moment noch drauf liegt. So, und jetzt probieren wir mal. Hat gezündet. Jetzt können wir unseren Tower wegschießen. Weg ist er. Ich habe einfach mal kurz B gedrückt. Schwupps, verschwindet er. So, und jetzt warten wir noch einen kurzen Moment. Wir sind nämlich noch relativ tief. Deshalb wollte ich die Verkleidung noch nicht aufmachen. Damit wir aerodynamisch noch nicht in die ganzen Schwurbeleien reinkommen. Die da so auf uns warten. Ähm. Ich persönlich warte immer so bis über 50 Kilometer. Weil dann sind wir aus dem Musphärenbereich raus, wo noch was Blaues angezeigt wird. Ich glaube im Normalfall könnt ihr, wenn ihr keine empfindlichen Antennen habt oder so, auch schon bei 40 Kilometer plus aufmachen. Ich mache jetzt mal auf. Das sollte alles relativ stressfrei sein mittlerweile. Und wie ihr seht, außer ein Haufen Konfetti, was wegschießt. Jetzt ist nichts kaputt gegangen. Und wir lassen uns hier weiter in Richtung Orbit tragen. Eine Minute und sechs zur Apo Absis. Sieht auch gut aus. Baut langsam ab. Ist aber auch völlig okay. Und wir fliegen fast aus der Atmosphäre raus. Jetzt sind wir raus. Also in der Prognose. Wir sind natürlich noch drin. Und fliegen einen schönen flachen Kurs. Relativ effizient. Also gar nicht so schlecht. Und was wir schon mal machen können. Wir können den Minmus ans Ziel setzen. Und uns anschauen, wie schlimm es denn heute mit der Abweichung wird. Und die ist tatsächlich mit 4,7 Grad. Wird relativ okay. Wir könnten jetzt noch ein bisschen daran arbeiten, das schon mal geringer zu machen. Mit dem wir Richtung Norden steuern. Wir haben nämlich genug Sprit dabei, um das zu tun. Allerdings nicht zu viel, weil wir ansonsten den Sprit zu sehr vergräuen. Das müsste jetzt eigentlich, genau das senkt hier gerade den Knoten und macht das Manöver ein bisschen weniger aufwendig. Also ich bringe einfach diese Hose ein bisschen mehr übereinander. Perfekt wird das sicherlich ähnlich werden. Nicht in diesem Verlauf des Orbits mehr, aber für unsere Zwecke reicht es. Diese leichte Drehung. So, wir sind mittlerweile im Weltall angekommen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, dass unser Orbit fertig wird. Nehmen wir ein bisschen Schub raus. Wir haben nämlich noch 42 Sekunden bis zur APO-Absis und die Zeit sinkt auch nicht mehr. Das heißt, wir können sogar noch ein bisschen weiter runter gehen. Wir sind fast angekommen. Unten hebt sich die Peri-Absis jetzt auch langsam raus. 2200 Meter pro Sekunde sind ja unsere angepeilte Geschwindigkeit für unseren Orbit. Um Curbin jetzt erstmal. Das haben wir mittlerweile auf 3 Grad gesenkt. Wir können jetzt auch wieder Lograde fliegen. Und den Rest vom Orbit schnell fertig machen. So, damit haben wir es doch schon mal in den Curbin-Orbit geschafft. Und müssen jetzt natürlich dann einmal gleich gucken, dass wir noch die restliche Inklination angleichen. Und hier werden wir jetzt von der Art und Weise wie Apollo geflogen ist ein bisschen abweichen. Und wir werden relativ viel mit diesem Kommando-Modul nachher fliegen. Aber das machen wir gleich. Da kommt dann nämlich ein kleines Docking-Manöver auf uns zu. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo die Peri-Absis auch schon mal die Atmosphäre verlässt gleich. Und sind im Orbit. Sehr schön. Okay. Unser nächstes Manöver wird hier sein. Hier machen wir jetzt diese klassische, wie wir auch schon bei den letzten Minmus-Pflügen getan haben. Den Angleich der Inklination. Einmal sauber. den netten Nebeneffekt, dass wir auch noch ein bisschen an Höhe gewinnen normalerweise. Das sieht gut aus. Und das kostet uns nur 120 Delta-V. Wir haben noch 240. Können also dann in aller Ruhe zu dieser Stelle hin. Timewarpen und haben sogar noch ein bisschen Sprit übrig. Für unser Manöver in Richtung Minmus. Das machen wir aber gleich. Jetzt kommt erstmal der Part, wo wir unsere Inkarnation anpassen. So. Jetzt zeige ich euch mal die 1. Siehe da. Keine Ahnung, warum es freigeschaltet war. Das könnt ihr natürlich auch auf irgendwas anderes wie Licht oder sowas legen. Das, was ihr halt zur Verfügung habt. Ich habe jetzt die Solarpaneele rausgeklappt. Das war schon mal relativ schön und einfach. Und jetzt machen wir gleich, wenn unsere Zeit hier unten abgelaufen ist, unseren Burn für die Inklination. Und dann machen wir das Umkoppeln. Das machen wir allerdings auf der hellen Seite von Körben wieder, damit das ein bisschen einfacher zu handhaben ist. Das heißt, was wir tun werden, ist, wir koppeln hier vorne die Raumfähre ab und drehen um und werden wieder andocken. Zack. Das ist reichend. Gut. Wie gesagt, wir machen das Ganze hier drüben, wenn es wieder hell wird. Das heißt, ich timewap jetzt hier mal hin. Das ist ein halber Orbit. Den kann man gerne mal verschwenden. Eigentlich eine relativ einfache Geschichte, was jetzt passiert. Docking haben wir schon mal durchexerziert. Es ist nichts anderes als das normale Docking, nur dass wir diesmal an unserem eigenen Raumschiff andocken. Und dafür müssen wir jetzt allererstes mal abdocken. Das heißt, wir gucken jetzt, dass das SRS an ist und Stabilitätsassistenz eingeschaltet ist. Und dann machen wir Knoten entkoppeln. Und voila, haben wir hier vorne dieses Raumschiff. Und jetzt können wir einmal von hier steuern. Also vom Docking-Port. Und wir setzen den anderen Docking-Port als unser Ziel. Und dann machen wir RCS an und drücken zweimal ganz kurz H, um uns so ein bisschen eine Vorwärtsbewegung weg vom Ziel zu geben. Und dann drehen wir. So, jetzt stelle ich fest, ich habe hier drin auch noch Reaktionsräder, äh Reaktionsräder, ähm, die, äh, RCS-Truster. Und die muss ich jetzt auch nochmal deaktivieren, damit sie beim Drehen nicht mein wertvolles RCS-Fuel verschwenden. Das möchte ich nämlich nicht. So. Und jetzt richten wir uns aus auf den pinken Kreis. Also das Vorwärts war jetzt hauptsächlich dafür da, dass wir ein bisschen Abstand gewinnen. Und jetzt gebe ich wieder mit H Vorwärtsschub. Und zwar bis ich den gelben Kreis sehe. Und wenn ich den gelben Kreis sehe, kann ich ihn mit I ist hoch, äh, I ist runter, K ist hoch, L ist rechts, J ist links, I ist runter. Hier spiele ich jetzt den gelben Kreis exakt auf den pinken Kreis und halte meine Nase auf den pinken Kreis gerichtet. Das wackelt immer so ein bisschen, da müsst ihr ihm einfach ein bisschen Chance geben. Und kurz bevor ich andocke, nehme ich SRS raus, sitze drauf, fertig. Das war's schon. Jetzt haben wir potenziell die Möglichkeit mit dem Kommandomodul zu fliegen. Jetzt müssen wir ein bisschen was aufpassen, nämlich wir gucken mit dem Kommandomodul jetzt in die falsche Richtung. Das heißt, um unser Manöver nach Minmus zu fliegen, müssen wir von hier steuern. Also aus der Landebüchse, dass wir diese Perspektive nutzen. Ihr könnt auch mit Dockingports diese Perspektive nutzen. Und sobald wir dann das Manöver ändern, müssen wir einmal auf die andere Seite gehen. So, das zeige ich euch aber gleich. Jetzt machen wir erstmal die Manöverplanung. Zack. Ich glaube, das ist ein bisschen früh. Ist gar nicht schlecht geworden, okay. Also 922 Meter pro Sekunde. Das sieht gut aus. So, das wollen wir auf keinen Fall. Aber wir wollen ein bisschen was anderes. Wir wollen nämlich das hier. Komischerweise wollen wir das hier. Wir wollen nämlich da abkoppeln und dieses Triebwerk dann zünden. Da müssen wir einmal den Motor dann kurz ausstellen und dann umdrehen, dass wir von hier aus steuern. Das machen wir jetzt aber gleich als Manöver. Als allererstes müssen wir jetzt aber erstmal nah an das Manöver ran. Wir können nicht komplett an das Manöver ran warpen, weil drei Minuten ist ein bisschen länger. Aber wir können zumindest in die Nähe. Und wir nutzen jetzt diese 126 Meter pro Sekunde, die wir haben, einfach noch mit. Die machen uns das Leben nämlich dann doch ganz schön viel einfacher. Weil das Treibstoff ist, den wir nicht verbrauchen auf dem Weg nach Minmus raus. Und ihr seht, wir haben jetzt noch eine Minute zur Zündung. Das heißt, jetzt können wir nochmal sicher gehen, dass wir von hier steuern. Auf jeden Fall, wenn wir uns ausrichten. Ein sicheres Zeichen ist immer eure Flugrichtung. Also das Triebwerk, was wir zünden wollten, das ist ja in diesem Falle... Huch, ich habe gar kein SRS an. Das ist ja in diesem Falle dieses Triebwerk im Moment noch, also das Pudel. Das wollen wir nach hinten zeigen lassen. Im Moment sieht man das ganz gut mit der Flugrichtung. Wir bewegen uns in diese Richtung. Das scheint okay zu sein. Das scheint okay zu sein. Was wir jetzt machen, wir zünden das durch, bis es alle ist. Dann machen wir den Antrieb aus mit X auf 0. Machen das hier. Dann müssen wir einmal von hier steuern. Das Raumschiff umdrehen. Und dann zünden wir wieder. Also wir haben eine etwas komplexere Sequenz jetzt. Dadurch, dass wir den Resttreibstoff noch mit nutzen. Ist aber okay und handhabbar. Wenn nicht, vorher einmal F5. Dann könnt ihr euch schnell speichern. Und könnt danach das Ding nochmal wiederholen. Wenn das nicht so gut funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. So, in 21 Sekunden ist es soweit. Das Zeitraffer ich jetzt noch kurz ran. Damit wir da nicht drauf warten müssen. Und los geht's. So, Antrieb läuft. Das dauert nicht allzu lange. Denn dieser Antrieb hat nicht mehr so viel Sprit drin. Schiebt uns auch ganz gut raus. Ihr seht ja auch den Part, wo dann gestaged werden muss. Und der wichtige Part ist jetzt, wenn gleich der Antrieb leer ist. Bevor ihr das Staging drückt. Einmal X drücken. Dann geht der Schub auf 0 runter. Einmal Staging. Das hat nicht so gut funktioniert. Deshalb leer Stage. Ich mach nochmal. So. Jetzt sind wir auf der Stage, wie es sein soll. Also ihr seht das auch an der Trennung. Jetzt machen wir von hier steuern. Also jetzt aus der Raumkapsel. Und gehen wieder rüber in Richtung unseres blauen Manövers. Und jetzt geht's ab in Richtung Minmus. Nämlich sobald wir ausgerichtet sind, können wir mit Y beziehungsweise Z, je nachdem wo ihr es liegen habt, den Vollschub wieder einschalten und fliegen weiter in Richtung Minmus. So einfach kann es sein. Und da seht ihr auch schon Zündung in minus 51 Sekunden. Also wir sind drüber. Dadurch jetzt ein bisschen. Ist aber nicht ganz so wild. Ähm. Die Korrekturen können wir unterwegs dann machen. Wir haben jetzt 2200 Delta V zur Verfügung. Wir brauchen 922 nach Minmus raus. Wir brauchen nochmal so um die... Ah. Ja. Ich sag mal 300. Also 200 fürs einbremsen in Orbit und gegebenenfalls Korrekturen. Und dann immer so 180 bis 200 pro Landung. Ist also relativ entspannt. Und ihr werdet feststellen, wenn wir nachher den Lander abkoppeln, dann werden wir da auch nochmal ganz gute Delta V Werte bekommen. So. Das Ganze dauert jetzt einen kurzen Moment. Natürlich sollte man dem Manöver dann auch nebenbei folgen, wenn das passiert. Die Schubzeit ist insgesamt 2 Minuten. Das ist mit den effizienteren Triebwerken eine Sache, an die ihr euch gewöhnen solltet. Das gehört so ein bisschen dazu, dass die meistens länger brennen. Und wird euch spätestens an dem Part, an dem ihr das erste Mal nach Duna fliegt oder sowas. Also mit den nuklearen Trieben, werdet ihr lernen, dass man manchmal bei Brennzeiten ein bisschen Geduld haben muss. Dafür dann aber sehr viel effizienter ist und nicht so viel Treibstoff mitschleppt. Gut. Unser Lander ist letzten Endes auch die Plattform, mit der wir dann nachher die Jungs runter schicken wollen. Da können wir einen Crew Transfer schon mal machen. Nämlich Bill und Bob sollen in den Lander rüber. Da wir jetzt eh gerade nichts Sinnvolles zu tun haben, können wir das schon mal tun. Dann sitzen die nämlich schon mal drin und sind vorbereitet und können nachher losfliegen. Ihr seht jetzt auch, die Bilder ändern sich hier entsprechend. Man sieht also, dass die beiden umgestiegen sind. Und wir haben jetzt noch 300 Meter pro Sekunde zu absolvieren von unserem Manöver. Und dann sind wir auch schon bei Minimus angekommen. Ihr seht, jetzt streckt sich so langsam unser Manöver raus. Immer ganz witzig, ein Großteil des Manövers ist erstmal diese niedrige Beschleunigung. Man denkt dann immer so, da komme ich ja nirgendwo hin. Und dann mit den letzten Delta V beginnt das Ding plötzlich immer schneller nach außen zu gehen und zu beschleunigen. Weil da der Kraftaufwand dann nicht mehr so groß ist, weil wir natürlich hier gerade die Gravitation von Körben überwinden. Und je weiter wir uns schon raus geschossen haben, umso weniger Gravitation von Körben gilt es noch zu überwinden. Und deshalb braucht ihr dafür viel weniger Treibstoff, wenn ihr im letzten Segment seid. Weil wir jetzt ja im Verhältnis zu dem, was wir noch brennen, sehr viel mehr Strecke mit unserem Manöver machen. Also so sieht man es mal, wie viel mehr Strecke das eigentlich im Verhältnis ist. Aber glaubt mir, das wird funktionieren. So. Lassen wir es schön weiterlaufen. Und... Aus. Noch ein bisschen... Nachbrennen. So, das sieht gut aus. Wir sind nah genug dran. Jetzt machen wir uns, wie auch bei den letzten Flügen, eine Mid-Course-Correction fertig. Also irgendwo auf der Mitte. Wir müssen auf den blauen. In zwei Tagen ist das dann der Fall. Und wir machen Ansicht zentrieren auf den Minimus. Wir haben schon einen relativ guten Anflug, aber das geht natürlich noch ein bisschen schöner. Wir wollen unser Orbiter-Modul in einem 15km-Orbit diesmal platzieren. Das heißt, wir bringen ihn sauber ran. Auch mit Rechtsklick wieder auf die Zeichen kann ich mir das anzeigen lassen. Das ist mal ein bisschen viel. So. Und auch hier gilt wieder hier drüber. Oder eben, ich bin ein Gewohnheitstier, deshalb mache ich das bei mir immer. Ihr könnt natürlich auch hier hingehen und mit dem Mausrad arbeiten. Aber ihr seht, selbst leichte Klicks verschieben das schon enorm. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei 13, 14, 15. Okay. Sehr schön. Also ich habe jetzt immer so einzelne Klicks vom Mausrad. Das sind 2,2 m pro Sekunde. Die sind schnell gemacht. Dahin können wir jetzt erstmal Zeit raffern. Zum nächsten Manöver. Und fliegen jetzt mit unserem kleinen Raumschiffgespann in Richtung des Manövers. Da draußen ist auch schon ganz, ganz klein der Minmus zu erkennen. So. Und jetzt müssen wir uns drehen. Und wir brauchen dann nur eine sehr leichte Zündung. Ähm. Ich gehe jetzt mit dem Zeitraffer an das Manöver ran. Und wir gucken uns das auf der Karte an. Und ich gehe jetzt mit Shift noch ganz minimal in den Schub rein. Damit ich das gut unter Kontrolle habe. Und bringe uns ganz langsam auf die 15 km runter. Ja. Ganz, ganz, ganz langsam. Jawohl. So. Und wenn ihr jetzt so Sachen habt, die so ganz fein noch sind. RCS anmachen. Und mit einem Klick auf H. Habt ihr das nachkorrigiert. Fertig. Manöver für uns erledigt. Und hier kommt jetzt unser nächstes Manöver. Nämlich das Einbremsen in den Minmus Orbit. Und da seht ihr, das braucht nochmal 156,5 Meter pro Sekunde. Dass wir uns so ungefähr in den zirkularen Orbit reinbremsen. Und dauert 31 Sekunden. Das heißt, wir können zum nächsten Manöver vorspulen. Und uns dort abholen lassen. Währenddessen kann man schön beobachten, wie Minmus immer größer wird. Und uns langsam näher kommt. Oder wir ihm, ehrlich gesagt. Und dann werden wir kurz vorher aus unseren Vorspulen herausgezogen. Können uns jetzt nochmal drehen. Hier sicherheitshalber immer nochmal gucken, ob ihr von hier Steuern sauber drin habt. Aber eigentlich sieht man es auch schon daran, dass es Retrograd ist. Und das ist es in dem Falle tatsächlich. Ich fliege auch tatsächlich einfach Retrograd jetzt. Das sollte zueinander passen. So, und dann sind wir im Minmus Orbit angekommen. Mit unserem kleinen Apollo-artigen Gespann. Bei Apollo-artigen Gespann. Und können uns damit beschäftigen, wie wir hier als nächstes unsere Missionen erledigen. Das wird dann aber die nächste Folge. Und ich sage bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Und nächste Folge landen wir unseren Apollo-Länder. Werden ein paar Biome besuchen. Sammeln ganz viele Wissenschaftsdaten. Und dann geht's wieder zurück nach Kürben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert Gunt. Tschüss. Musik 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 Musik